So meine Freunde, mit Leim, mit Holzleim kann man nicht nur so ein tolles Schränkchen wie im Hintergrund bauen, sondern auch eine Werkbank, sprich du brauchst nur eine Pulle Leim dazu. Und alles weitere zeige ich dir in diesem Video. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was will der Mr. Handwerk noch mit einer zweiten oder dritten Werkbank. Die Werkbank ist nicht für mich, die ist für meinen Bruder David. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht. Alles, worum sich dieses Werkeln dreht, spielt sich auf einer Werkbank ab. Also das ist das Herzstück einer Werkstatt quasi, einer Holzwerkstatt oder einer Metallwerkstatt. Die Werkbank ist hier speziell gerichtet für die Holzwerker. Und da habe ich mir überlegt, da haben wir meistens nicht viel Werkzeug oder Gegebenheiten, um sowas zu bauen. Und deswegen diese ganz einfache, sehr leichte und vor allem sehr stabile Werkbank, die du aus Leim und Sperrholz bauen kannst, alternativ beispielsweise aus Multiplex. Eine passende Materialliste wirst du unten in der Videobeschreibung finden, beziehungsweise im Bauplan kannst du dir bei www.misterhandwerk.com auch runterladen. Und dann kannst du dir die ganzen Sachen fertig zugeschnitten bei Plattenzuschnitt24 bestellen. Einen passenden Rabattcode findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja und dann brauchst du noch diesen Leim hier, ein paar Werkzeuge, beispielsweise Akkuschrauber, Schleifgeräte, Kantenfräse vielleicht. Ja und dann kann es losgehen mit dem Projekt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Die insgesamt 19 Sperrholzteile sind super verpackt bei mir angekommen. Die ausgepackt und dann können wir auch loslegen mit dem Anzeichnen. Ich habe mich für eine Lochreihe entschieden, besser gesagt für so ein Lochhaltesystem von 20 mm. Und die Bohrpunkte müssen wir erstmal auf die Platten anbringen. Dazu nutze ich den 90 Grad Anschlagwinkel und der hat eine tolle Bohrreihe, wo dieses wirklich ganz, ganz einfach geht. Die Arbeitsplatte von 18 mm bekommt dasselbe Lochrastersystem. Vom Rand jeweils 10 cm und dann haben die Bohrungen jeweils auch 10 cm bzw. 100 mm. Ich denke, das ist passend für jedes Werkstück dann. Und im Anschluss können wir auch loslegen mit dem Bohren. Die Teile, die ich an meiner Tischbohrmaschine bohren konnte, habe ich dort auch gebohrt. Es ist ziemlich wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr wirklich einen 90 Grad Winkel bohrt. Das ist sehr, sehr wichtig für dieses System. Als Bohrer, als Fosna Bohrer habe ich mich für die Firma Pharmac entschieden. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Bohrer, auch genannt Bohrmax. Die Arbeitsplatte habe ich mir vorweg vorgekörnt bzw. gestochen, damit der Fosna Bohrer auch ja nicht wegdriftet. Und dann ist es jetzt so, hier bei der Arbeitsplatte gibt es ein kleines Problem, das gerade Bohren. Dazu gibt es einen passenden Bohrständer, da könnt ihr beispielsweise eure Bohrmaschine einspannen und einen richtig schönen 90 Grad Winkel erzielen. Leider passt dort mein Akkuschrauber nicht hinein, weil es, wie gesagt, für eine Bohrmaschine geeignet ist. Ja, dumm gelaufen. Ich habe das Ganze jetzt per Hand gebohrt, aber es ist trotz alledem gut geworden. Ich kann euch nur diesen Bohrständer empfehlen, der ist wirklich präzise und sehr, sehr genau. Den habe ich beispielsweise auch verwendet für meine multifunktionale Werkbank, die ihr jetzt im Untergrund sehen könnt. Anschließend müssen wir die ganzen Bohrungen auch noch mal ein bisschen abfasen. Das hat zwei Vorteile. Einmal A, kannst du dir keine Schlitter zufügen und einmal B, kann die Bohrung nicht ausplatzen oder ausreißen. Dafür nutze ich meine Kantenfräse. Darüber gibt es auch zwei Videos, wenn du da Interesse hast. Ich habe mal zwei Kantenfräsen vom Bosch verglichen. Einmal die 12-Volt-Kantenfräse vom Bosch Blau und einmal die 18-Volt-Kantenfräse vom Bosch Grün. Ich nutze jetzt die Bosch Grün-Kantenfräse und bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Es hat vom Vorteil, dass der Frästisch transparent ist. Da siehst du ganz genau, was du fräst. Und zum Feier des Tages verlose ich drei Frässätze von Wolfkraft. Das sind Profilfräser der gängigsten Arten, beispielsweise eine Rundung oder eine Phase oder ein Satz. Damit kannst du beispielsweise Fälse oder Hohlkegeln fräsen. Was musst du machen? Dieses Video kommentieren und mit etwas Glück bist du im nächsten 5 Minuten Update dabei. Da löse ich dann die drei Gewinne auf. Und im Anschluss wird das Ganze nochmal geschliffen. Dieser 12-Volt-Excenterschleifer von Bosch ist wirklich ein richtig, richtig tolles Teil. Wenn du meine Meinung wissen willst zu den 12-Volt-Geräten von Bosch, dann schau dir hier oben links das Video an. Das ist wirklich sehr, sehr passend. So, jetzt geht es los mit der Werkbank. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen. Und jetzt fangen wir mit dem Mittelteil an. Dafür verwende ich diese Dreieckspann und natürlich Leim. Das ist das Mittelteil der Werkbank. Insgesamt gibt es, lass mich mal kurz überlegen, 1, 2, 3, 4 Teile, die das Ganze dann zu einer Werkbank machen. Das mittlere Teil, was wir jetzt einfach zu stumpf zusammenkleben, ist quasi oder dient zur Stabilität und als Ablagefunktion. Ihr klebt das Ganze rauf, schiebt das Ganze hin und her und dann könnt ihr auch die Entenspanner nochmal links und rechts ansetzen. Das gibt Ihnen ein bisschen mehr Stabilität. Und dann prüft das Ganze bitte nochmal auf den 90-Grad-Winkel. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist die Werkbank am Ende schief. Nun bauen wir die Seitenteile. Dafür brauchen wir ein paar Handzwingen oder Einhandzwingen oder Schraubzwingen, je nachdem. Sind aber auch nicht unbedingt erforderlich. Wenn wir mehr Druck auf Leim ausgeben, dann ist die Verbindung nachher umso stabiler. Insgesamt zwei Seitenteile. Wie gesagt, ich habe da nochmal ein paar Ablegefächer eingebaut. Ihr könnt natürlich ein paar mehr einbauen oder diese wettlassen. Je nach Bedarf. Zum Ende hin habe ich nochmal zwei Einhandzwingen genommen. Diese mit einem Verbindungsstück miteinander verbunden und seitlich nochmal ein bisschen mehr Druck aufgegeben. Jetzt haben wir zwei Seitenteile und vorne ein Frontteil, die quasi das Ganze miteinander verbinden. Nun haben wir insgesamt zwei Seitenteile, die dann mit einem Frontteil und die oberste Werkplatte verbunden werden, wie wir jetzt hier sehen können. Und die Frontteile, nenne ich sie mal, die müssen wir jetzt mit der Werkbank verkleben. Das ist auch Ganze wieder stumpf miteinander. Und dann haben wir quasi unsere insgesamt vier Teile, die dann zu einer Werkbank zusammen verleimt werden können. Tun wir mal einen Gefallen, nimm dir mal zwei Multiplexplatten, ein bisschen Leim drauf und dann presst du das Ganze zusammen und schmierst das schön hin und her, damit der Leim sich schön vollflächig verteilt. Nichts anderes mache ich auch die ganze Zeit. Das heißt, ich lege das Ganze drauf und ziehe das mal ein bisschen hin und her, damit der Leim sich verteilt. Dann sparst du dir das mühselige Einpinseln und Verreiben vom Leim. Natürlich steht da ein bisschen über, den schüssigen Leim musst du dann abwischen. Und dann leg das mal über Nacht hin und versuch mal morgen das Ganze auseinander zu machen. Ich wette mit dir, dass du es nicht hinkriegst. Ich wollte dir sagen, ich werde nur ein Packung Fräse, aber nachher kriegst du es doch noch hin. Dann sehe ich es nämlich alt aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das kriegst du nicht auseinander. Und da stehen jetzt unsere vier Teile, die gleich komplett miteinander verleimt werden und dann eine Werkbank ergeben. Das Ganze mache ich bei meinem Bruder David, denn die Werkbank gehört letztendlich David. Dazu legen wir jetzt die Boden oder die Deckelplatte quasi auf den Boden, nehmen die Seitenteile, geben dort Leim an. Schön satt. Überschüssigen Leim könnt ihr mit einem Lampen abwischen oder ihr schleift dem Ende dann ab. Dann setzen wir die Seitenteile links und rechts drauf. Das macht ihr am besten zu zweit, denn das Ganze ist wirklich knirscheng. Überschüssigen Leim dann abwischen. Das Ganze dann auf den 90 Grad Winkel kontrollieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir quasi zum Mittelteil. Oder das Mittelteil wird dann in der Mitte hineingesetzt. Ihr könnt dann, da der Leim, wenn ihr das Ganze einsetzt, sich wirklich wegschiebt, könnt ihr dann nochmal nachträglich links und rechts Leim angeben, quasi so eine Dreiecksfuge machen. Dann lasst ihr das Ganze mindestens drei, vier Stunden trocknen und fertig ist eure multifunktionale Werkbank. Sich, denke ich, wirklich sehen lassen kann. Vor allem mit dem Loch Raster System macht es eine Menge Spaß zu arbeiten. Damit das Ganze auch abgerundet ist, gibt es passendes Zubehör von Wolfkraft, die exakt in diese Lochreihe hineinpassen. Beispielsweise verschiedene Auflagesysteme, verschiedene Spannsysteme. So kann das Werkstück sicher eingespannt werden und die kann loslegen mit dem Werkeln. Dann habe ich noch was ganz, ganz Wichtiges vergessen zu erwähnen. Bei einer Werkbank, wenn ihr mal was Größeres baut, einen Balken ablegt, einen Balken bearbeiten wollt, dann braucht ihr vielleicht noch ein bisschen mehr als die Werkbank, die ihr jetzt habt. Es gibt hier diesen Wolfkraft Master 650. Das ist eine mobile Werkbank, ein Arbeitstisch, den du dir beliebig auf der Höhe verstellen kannst, den du zusammenklappen kannst, den du mit zur Baustelle nehmen kannst. Aber der auch natürlich dient zur Erweiterung von deiner Werkbank. Und da gibt es gerade aktuell drei Stück bei mir zu gewinnen. Das Video dazu werde ich dir mal hier verlinken. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Zum 1.11.2022 werden die drei Gewinner bekannt gegeben. Ansonsten kann ich dir dieses Tool, falls du nicht dabei bist, wärmstens empfehlen. Den Link dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. So, bis dann. Ciao.